So, ich bin jetzt hier ziemlich weit schon den Berg hochgelaufen. Also von dort bin ich gekommen und habe hier einen schönen Ausblick auf Berge und Wald. Auf der anderen Seite. Ja, hier wird es jetzt weiterlaufen. Auch da. Auf jeden Fall viel Natur und Wald. Ich hoffe mal, dass ich dann wieder irgendwo zurück finde. Da bin ich auf jeden Fall gespannt.